und damit herzlich willkommen zu einer neuen mod vorstellung in need for speed most wanted 2012 und zwar haben wir folgende mods es gibt unbegrenztes nitro niedrige fahrnostufe keine verhaftung unbegrenzte zeit jetzt rennen gewinnen und maximales speedpoint so wir probieren als erstes aus unbegrenztes nitro f1 und das seht ihr ich bin keine minute zum spiel auf jeden fall habt ihr gesehen funktioniert niedrige fahrnostufe dafür müssten jetzt eigentlich erst mal kopf finden wenn man vom teufel spricht also wird keine verhaftung machen das wäre f3 dann können wir erst mal aufs klo gehen weil dann passiert gar nichts nischt nischt f4 wer dann unbegrenzte zeit ups man sieht wir haben fahrnostufe 3 ähm ich möchte eine niedrige fahrnostufe also wieder fahrnostufe 1 unbegrenzte zeit wer dann unbegrenzte zeit wenn f4 heißt äh ok ja gut unbegrenzte zeit will irgendwie gerade nicht hat aber eigentlich funktioniert ähm das war nicht geplant gut also als maximales speedpoint Achtung Verdächtiger wurde nicht geordnet Streisdienst zunächst fortsetzen Zentrale brauchen mehr Meldungen aber Einsatzbeikon verloren Funkverkehr intensivieren äh ok ne dann zeige ich euch jetzt erstmal das mit dem ersten Platz das ist jetzt ein Sprintrennen hier das Rennen gewinnen ist das dann hier das Rennen gewinnen das wäre f5 höh höh ok ok verstanden Einsatzbeikon 3 genehmigt 2 0 0 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 Irgendwas stehen Oh, ich will euch das zeigen, aber wir müssen Zur zweiter oder dritter reinfahren Das ist doch scheiße Also das ist jetzt ja unfair Ja, aber guck mal, wir sind als dritter Und da steht erster und wir haben Nichts dafür gebraucht, gar nichts Gar nichts So Nein Och, komm schon So, gut, dann machen wir dann noch mal Entschuldigung Maximal Speedpoint, das wäre F6 F6 Okay Ja, okay Jetzt will ich gerade nicht Ja gut, dann geht sie leider nicht Aber ich habe es Das Video habe ich schon mal aufgenommen Habt nur, dass das komplett Müll war Jetzt habe ich das nochmal aufgenommen Jetzt hoffe ich, dass es das was ist Und bla 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 So, ne Ähm Ja Das Geld Die Speedpoints Die werden logischerweise nicht übertragen Die Ja 40 Millionen Kann ich mir auf jeden Fall sagen Das ist das Maximum Und Ja Dann finden Ciao Bis zum nächsten Mal Euer TFGamer 2005 Lasst gerne ein Abo dafür mehr Hör auf zu Hub Du blöde KI Stehe nur am Straßenrand Weiß nicht, was du willst Und ja Ciao Schönen Tag noch Schönen Abend Oder wann ihr auch immer Ihr euch das Video anguckt Ja Ciao Und lasst gerne ein Abo Da wenn ihr noch mehr davon möchtet Oder Kommt auf unseren Discord-Server Ähm Wenn ihr bei Tuning-Treffen Dabei sein möchtet Momentan planen wir keine Weil ihr Interesse halt nicht Da ist deswegen Also kommt auf den Discord-Server Sagt, dass ihr Interesse habt Und dann machen wir das Guckt mal nach Zeit Und wie habt ihr Zeit Wie hab ich Zeit Ecc Und ja Ciao